Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute möchte ich euch eine Ankündigung sagen. Steffi vom Kanal Steffi kocht ein hat mir eine Anladung geschickt als Teilnehmerin und vielleicht Jurorin beim Marmeladentest und das wird stattfinden auf dem Lebensart Herbstmarkt Gut Passthorst. Es ist beim Hamburg. Das ist ein sehr schöner Markt. Da waren wir auch mal mit der Familie. Es gibt wirklich viel was zu sehen und mitmachen und auch mit den Kindern. Dieser Markt alles rund um exklusive ländliches Leben. Garten, Wohnen und Lifestyle besteht bereits seit 15 Jahren und im Herbst 21 wurde diese Veranstaltung erst einmal von den Home und Garten Event GmbH organisiert und durchgeführt. Steffi vom Kanal Steffi kocht ein macht das zweite Jahr schon ein Marmeladen Wettbewerb und das stattfindet am Sonntag 6 Oktober. Sie ist aber auf diesem Hof schon ab 3. Oktober. 3., 4., 5. und 6. Oktober. Es werden die Koch-Events gemacht und alles mögliche. Am Samstag kann man mit den YouTubern, welche da sind, auch einen so mit dem Grit machen. Bisschen austauschen, Fragen stellen und da möchte ich auch gerne kommen und da werde ich ab 12 Uhr bis 18 Uhr da sein und wenn natürlich einer irgendwo hier in der Nähe wohnt, würde mich natürlich sehr freuen, mit meinen Zuschauern mich treffen, eure Fragen beantworten, einfach mal so live kennenlernen, nicht nur auf die Kamera, würde mich sehr freuen, wenn einer oder die andere dahin kommen. Am Sonntag findet es statt von Marmeladen Wettbewerb und wer seine Marmelade dahin bringt, ich stelle unten einen Link dafür, kann sich da anmelden und bitte, Steffi hat gesagt, sag mal bitte, deine Zuschauer, nur ein Gläschen, nur von einer Sorte Marmelade bringen, sonst dann wird es zu viel und das wird man fair sein, dass nicht einer zum Beispiel zweimal Gewirn abruhen, dass mal jeder was da bekommt. Und die, welche sich anmelden und bringen ihre Marmelade, da könnte auch natürlich ein kostenfreier Antritt zu bekommen. Das ist der Formular, muss den einfach ausfüllen. Ich stelle den Link unten in die Überschreibung. Der Gastgeber ist Enno Baron von Rufin und Freifrau Milana von Rufin. Und Marmelade anreichen geht nur am Sonntag, müsst ihr einfach mitbringen. Außer Steffi werden dir auch Geser vom Kanal natürlich selbst gemacht, Sascha von Seinfbio, habe tolle YouTuber, tolle Kanäle. Da bei Sascha habe ich auch sehr viel gelernt über Garten. Wird auch, wenn alles so gut geht, Ariel von Kanal Hausmannkost. Wunderbarer Mann, habe ich im letzten Jahr kennengelernt, hatte mir sogar Marmelade seine Geschenke. War das lecker. Und weiß ich nicht, da wer noch wird, vielleicht kommen die auch noch die andere YouTuber. Und ich werde dabei. Und freue ich mich und bedanke mich bei Steffi für ihre Anladung auch dabei zu sein und mitzumachen. Und freue ich mich auf euch. Kommt ihr einfach vorbei. Bis zum nächsten Mal.